Okay, okay, vergesst, dass ich mich selbst gefragt habe. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Auf geht's zum Bahnhof, um diesen... Natürlich! Was anderes? ...um diesen Basilisken... ...ähm... ...abzufangen. So, den Konvoi abzufangen. Der hat den Basilisken transportiert. Um ihn zu sterben. Niemand wird erinnern, dass du zurück nach dem Kampen bist? Saul hat keinen Willen, um uns dort zu sehen. Aber es ist besser, um ein guter Impression auf die Biotechnika zu machen. Deine Sauerfagen würden nicht viel helfen. Ja, sie würden nicht. Und die Raffens, was für sie? Was für sie? Saul ist. Er hat die Zentren auf dem Kampen geöffnet. Wie ist das nicht richtig? Er ist falsch, um die Symptome zu kämpfen, eher die Krankheit zu kämpfen. Er ist falsch, um die Krankheit zu kämpfen. Nichts? Kein Leben in Night City? Kein Moment, vielleicht. Ich habe das Gefühl, dass ich ein neuen Beginn... ...ein Freiheit. Aber ich habe auch nicht vergessen, die Emptienste. Das Gefühl, dass das Gefühl, dass es nichts bedeutet, wenn du allein bist. Ja. Ich habe mich auf meine Seite, auch. Doch... Ich war nie komplett allein. Ja. Ja. Ich war nie gerade in der оставher precisely mit meinem Exeter auf dem Weg. Ja. Ich habe keinen Mitleid. Ich habe einen Bruder von uns hier. Ich habe dass. Schön, wie die Autos einfach im Boden drin fahren, aber ich habe das Mentor nicht kontrolliert. Hoffentlich. Wir werden von Night City bis zur Basis, wo sie mit dem Beyer befinden. Wir werden es bei der Railroad-Kröse. All wir müssen machen, ist es diese Schönheit in den Weg. V, haben Sie Fragen? Planen wir das Ding, wie genau? Es ist alte Tech. Carol wird es zu hacken. Dann muss ich die Autos von der Kontrolltower, um es zu verändern. Die Kontrolltower sieht inaktiviert für mich, auch. Ja, wir sehen uns. Du und Pan Am, einfach die Autos von der Kontrolltower. Okay, let's get to work. Wenn ich Cyberpunk kenne, wird das sicherlich sehr gut laufen. Oh, jetzt spricht mit den Nomaden. Optional. Kassidy. Kassidy. Kann ich noch nicht sagen. Kann ich noch nicht sagen. Na dann. Was wirst du damit sagen? Dass da mehr dahinter steckt? Das ist es. Entweder wenn wir ihn ausgehen, Saul wird es wieder schlafen. Ich kann schon sehen sein Gesicht. Remember, als wir zuerst in den Kopf hatten? Du hast auch einen Pound in deine Pantin, als die Frage von Fallen fallen mit Saul. Ich vermute, dass die Pan Am so schön war und rastiert. Jetzt werden Sie es auf den Planen geblieben. Hat sich etwas verändert? Ja. Ich verstehe, Pan Am ist richtig. Aber wobei? Wobei hat sie recht? Wie geht es hier? Fantastisch. Wir haben alles gehalten. Und nichts funktioniert. Es funktioniert. Doch nicht verliebend. Vy, kannst du es schaden? Denn ich bin nicht offen zu den Prozpekt, zu nehmen es wieder einmal. Kapacitor ist verletzt. Third von der Seite. Hm. Indeed. Hold on. Lass mich es auswählen. Time zu versuchen es wieder. Hey. Es funktioniert. Es funktioniert. Dankeschön, Vy. Du brauchst eine Hand? Natürlich. Aber in der Schoen Sie, ich würde einen anderen Weg finden. Oh, das war schnell. Warum nicht? Right? Woher kommst du? Hier waren wir sogar mal vor kurzem. Und wir konnten nichts machen. Da das eben doch zu einer Mission gehört. Mitch und Bob sind bereits verbunden. Ich habe wirklich ein bisschen Hilfe von yours. Das ist wirklich. Rasaka Scharschutzanzug. Ja, ja, ich komm gleich. Komm gleich, ich komm gleich. Ganz kurz hier was hacken. Und ein bisschen Money absacken. Aber das war es dann auch schon. Was? Bingt sie sich einfach durch den Boden durch. Ich bin ja gespannt, wie das laufen wird. Okay, here we are. Warte kurz. Warte kurz. Na gut, werde ich wahrscheinlich nicht finden da drin. Äh, Technologie? Doch, hier. Ural Kombination. Kombinat Lokomotive. Technische Details. Güter Lokomotive. Hersteller. Ural Kombinat. Modell AM 773. Leergewicht 200 Tonnen. Reaktorzahl 2. Energie 12.550 Kilowatt. Höchstgeschwindigkeit 110 kmh. Okay. Spannend, aber bringt mir nichts. Willst du mir helfen? Ja, ja. Willkommen an Bord. Herzlichen Glückwunsch. Du bist zu einem der 12 stolzen Z-O-R-P-B-Juri Standort beigetreten. Was? Mit deiner Hilfe werden wir die Ruinen des Krieges wieder aufbauen. Jeder Sack Zement, den wir transportieren, jeder Güterwagen, den wir losschicken, bringt uns unserem Ziel einen Schritt näher. Außerdem sind wir der einzige Standort mit einer eigenen Autowaschenlage im Zug. Ganz genau, du kannst sie sogar benutzen, um dein eigenes Auto zu waschen. Um für deinen Komfort und deine Sicherheit zu sorgen, bieten wir dir ein umfangreiches Sport- und Unterhaltungsangebot an. Ebenso wie das G-Rapid Detox und Entspannungsprogramm. Hinweis, trage aus Sicherheitsgründen immer deine Schutzkleidung bei der Arbeit. C-O-R-P-B-Juri übernimmt keine Verantwortung für die falsche Benutzung von Arbeitsausrüstung oder jegliche negative gesundheitlichen Folgen derselbigen. Dies beinhaltet unter anderem aber nicht ausschliesslich Blutvergiftungen, toxisches Schocksyndrom sowie Fall von Selbstpsychose aufgrund einer übermässigen Benutzung des G-Rapid-Programms. Nichts Spannendes. Hmm. Im Inneren von Metacore. Ich bin schon dran. Hm. Sturz des Ersten. Nett. Lochkarte. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Gerät zur Datenaufzeichnung aus der Zeit direkt nach dem Data-Crash. Wahrscheinlich auch bloss nichts Spannendes. Neue Gefahrenstufe, höchste Alarmbereitschaft. Michael Peiling Fischer, CTO Corp. BUD, Standort Nummer 12. Bezüglich des Net-Crashes können wir Ihnen erfreulicherweise mitteilen, dass alle Kommunikationswege wiederhergestellt wurden und die Gefahrenstufe von Krisenreaktion T4 auf höchste Alarmbereitschaft T3 geändert wurde. Alle Mitarbeiter werden zu einer Informationsveranstaltung morgen um 8 Uhr in Halle E vorgeladen. Bei dieser Veranstaltung werden neue Arbeitsverfahren für die Fabrik sowie technologische Neuerungen vorgestellt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist verpflichtend. Und sonst irgendwie kryptische Nachrichten? Schliessen der Fabrik sowie des Standorts Nummer 12 an der Station. Von Michael Peiling Fischer, die Fabrik sowie die Aussenstelle an der Station werden zum Ende des Monats offiziell geschlossen. Alle Schienenabschnitte, die für Transport und Logistik genutzt werden, werden dann vom allgemeinen Schienennetz getrennt. Am letzten Betriebstag müssen Mitarbeiter jegliche Firmenausrüstung sowie ihre Zugungskarten für das Gebäude abgeben. Von Jim Rosado. Hier ist Jim vom Stationskontrollturm. Ich weiss nicht, ob das noch jemand liest. Da wird ja alles abschalten werden. Aber was ist mit dem Motor hier? Das mit den Schienen verstehe ich ja. Aber der Motor? Darum sollte sich doch jemand kümmern, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Gefahr für die Umwelt darstellt. Der Motor wird in Übereinstimmung mit allen zutreffenden Sicherheitsrichtlinien entfernt werden. Gerüchteküche von Randy an Ermoog Ermoog, du hast wirklich gekündigt? Warum höre ich davon als allerletzte? Ja, ich bin bald weg. Wusstest du nicht, wie ich es dir sagen soll? Tut mir leid, dass du es jetzt so herausgefunden hast. Ich habe einen Kumpel im Red Willow Clan, der ein gutes Wort für mich einlegen wird. Ermoog, der Nomade? Ist das dein Ernst? Du hast Nomaden, doch immer als dreckige Bande stinkender, hirnamputierter Hinterwälder bezeichnet. Gett, der Laden hier wird eh geschlossen. Irgendwie komisch, dass hier Randy steht, da habe ich gedacht, dass es ein Mann sei, aber okay. Wenn wir hier bleiben, schicken sie uns sonst wohin. Wenn ich mir eh ein neues Zuhause suchen muss, möchte ich wenigstens die Richtung bestimmen. Na klar, du wirst da gleich mitreden dürfen. Bestimmt bist du in Nullkommanichts, anführtes Glanz. Leg mir mal ein Zeug auf den Tisch, bevor du gehst. Wieder so eine kryptische Datei? Lochkarte Benutzungshinweise Jede Position auf der Karte gelocht und gelocht entspricht einer Informationseinheit, wohingegen jede Spalte einem Zeichen oder Symbol zugeordnet ist. Wenn Sie die Karte vorsichtig in das Lesegerät einführen, beachten Sie bitte folgendes. Überprüfen Sie, ob die gelochten Stellen beschädigt sind, da diese den Anzeigewert beeinflussen kann. Berge wissen Sie sich, dass die Karte richtig herum eingeführt wurde. Wo wird? Achten Sie darauf, dass die Kartenbeschriftung den darauf gespeicherten Daten entspricht. Hört sich einfach an. Ich komme gleich. Carol, wir haben ein Karte. Was jetzt? Du musst es in den Reader legen. Okay, da gibt es nichts mehr. Okay, langsam wird es dunkel draußen. Oh, wow. Sieht ziemlich untolistisch aus. I wanted to speak with you. What do you want to talk about? I know this may sound foolish, because I asked you to help me. But why are you doing this? Because it's important to you. But is that all? I... Sorry, that sounded worse than I intended. Any more questions? No. I know everything I need to, I believe. Perhaps I should send rogue flowers to thank her for introducing us. Hmm, not really your style, don't think. I went out of card. Thank you for giving me a true friend, you manipulative whore. That's my girl. Alright, let's rejoin the others. Naja, Benham ist ja schon eine gute eigentlich. Convoy, got eyes and ears on it? Yes, Carol checks their communication channels from time to time. Everything is proceeding as planned. For now. Auch wenn sie halt auch ziemlich oft einen Stuhlenkopf hat und immer ihren Plan durchsetzen möchte. Egal was passiert. Sol hat uns geschrieben. Wie, weisst du, wo Benham ist? Keine Ahnung. Verdammt nochmal, sie ist nie da, wenn man sie braucht. Wenn du sie siehst, sag ihr, dass ich mit ihr reden will. We could still jump. Sit your ass down a minute, honey. And breathe. Everything is under control. The convoy is already in love. You worried about song? You're acting spooked. As if you're the first person ever to stand up to Sol. Save your breath. I don't need to be consoled. Was it someone I know? New. Scorpion. You came home from the war? Head full of new ideas? And a host of new contacts? He tried to get Sol to lead us in joining Snake Nation. It would make us stronger, he said. I don't think he peeped a word of it to me. What did Sol do? Sol dressed the guy down head to toe for messing with the family. Hell, he didn't send him on any jobs for a year. Gee, really consoling. Thanks. You said yourself you didn't need any. Don't talk about the war much. What's there to say? They just packed you into a panzer down in Mexico and said full speed ahead, soldier. And it was weeks talking either to yourself or the onboard AI. Drinking iodide like water. Because your Geiger wouldn't shut up. Mm-hmm. I'm sprouting a rash on my ass just thinking about sitting in that boiling hot coffin. Aha, but you all can't wait to pack your asses into the basilisk, huh? That's different. Completely different. Don't see once you're on board. Okay, ich bin gespannt. Ought to raise a glass to Scorpion. Oh yeah, and I love Jackie. Okay. Gevane bruder im Kamp. Gonna try and get some sleep. Okay. It'll be quite some time before the convoy comes through. Couldn't sleep if you tried, could you? Okay. I'll just lie here a while, by your side, gazing at the stars. That another area of your expertise? Got maps to the heavens in your library, too? Of course. That's the Big Dipper. And do you see the small flickering star to the right? Yeah. You do? Oh dear. That means there's a major leak. Good night, V. Good night. Okay, here they come. Is everyone ready? Let's ride, V. Okay, plötzlich muss alles ganz schnell gehen, offensichtlich. Dieser Blick. Okay. 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 All right. She's moving. Get her up to speed. Oh shit. What's have I said? Fuhm, we zählen Karnauer dringend, so. Die Lok alleine wiegt schon so. I don't know if we can catch them. Uncouple one of the cars. It'll speed you up. V, no happening in mind. Take out that couple. We're getting close, never stop. V! Get out of the gas! That's kind of funny, baby. Surround them as soon as they're cut off. Okay, that's the convoy. Ooh, knappest thing. Oh shit! Pull them! Yeah, we're not getting at pieces. Back jump! We're coming! We got it! Medi, I'm helping! Hell yeah! I'm blowing in a piece! Yeah! dieses Gerät zum Feuer! Feuer! Ich muss die doch schon lupen, die haben schließlich gute Sachen dabei, so für mich. Okay, was? Ich komme gleich! Muss sein! Sorry! Okay, let's go! Ready to roll! Okay, das lief eigentlich ganz gut. Aber wir sind noch nicht fertig. Fuck, es funktioniert! Of course, es funktioniert! Just so, wie ich sagte, es würde. Wie geht's es da, Rabe? Hatte du Spaß? Sure did. So, den müssen wir noch zusammenbauen. Ob das nicht auffällt? Zwei riesige Trucks mitten in der Wüste. Okay, scheint wohl doch gut zu klappen. Okay. Ging doch einfacher als gedacht. Trif dich mit Saul. Ja, nice job Leute. So, das beginnt. Das ist ein Stinksaurant. Was ist das Ziel? Genau das, was Sie sehen. Das Basilisk. Alles, was ich sehe, sind zwei Trucks mit großartigen Militech-Logos. F***, Pan Am, Sie sehen, Sie sehen, sie von Kilken entfernt. Sie denken, dass wir nicht genug Probleme haben? Die Rafferns könnten ihre Hände auf jeden Moment schreien. Und jetzt haben wir Militech-Logos zu beschäftigen. Stop es! F***! Just shut up already! Do you want to serve corporations forever? Fine! Go right ahead! In that case, we'll leave the Basilisk as a souvenir of what this family used to be. Well, you know what? Maybe next time we're attacked, we'll be able to fight back! As soon as I'm done with Biotechnica, we call a family meeting to discuss this. Discuss you. Until that time, I want these trucks out of my sight. And the Basilisk? And the Basilisk? Can we put it together? Do what you want! Just get out of my sight! Bob, Mitch, you two take the trucks around back. We need to unload. Sure, but then what do we do with them? Oh, I've got an idea. Got quite a pair of lungs there. Thanks. I believe the last time I pulled something like that, I was ten years old. Seems still to be in fine working order. Everything okay? Yes, of course. Though the great train robbery bit of this was much more enjoyable. You need me again. All you gotta do is call. V. I'm sure I will. So you better expect that call. Be waiting. Take care. Also, alles gut gelaufen. With a little help from my friends. Abgeschlossen. Und level up. 2 Vorteilspunkte. 10-1. Ich dachte, das würde noch schief gehen. Neue Mission Queen of the Highway. Aber lief ja ganz gut. Dann lass mal schauen. Urteilspunkte. Und Attributspunkte natürlich. Wir haben alles auf Level 10. Schon mal gut. Allgemein das Level ist 40. Ich würde Coolness nehmen. Uns das hilft Stealth vorzugehen. Strassenkampf. Rückkehrzeit zu Wurfwaffen. Sondrevestern haben wir nicht. 10% Schaden von Kopfschüssen auf Schwachstellen. Schaltenmodus Fokus frei. Dieser Modus wird automatisch aktiviert, wenn du bei voller Ausdauer ziehst. Wenn Fokus aktiv ist, keine Ausdauerkosten fürs Schiessen, sodass du treffsicher schiessen kannst. Würde ich gleich mal bei der Level hineinstecken, glaube ich. Ja, doch. Also, das lief doch ziemlich gut. Und jetzt mal schauen. Es gibt, glaube ich, ja noch einen anderen Auftrag hier. Hier. I'll fly away. Sprich mit Mitch. Okay, und da gibt's keine Infos. Dann... würde ich sagen... Machen wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Sharepunk 2077. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Immerse yourself in Cyberpunk 2077 Samurai We have a city to burn